Kannst du dich erinnern, ich meine 14, wirst du das ja schon sehr bewusst erlebt haben, kannst du dich erinnern, wie ist dir damals gegangen, im Fernsehen, live, Heinz Konrads, damals ja doch ein sehr bekanntes... Ich war jetzt ein Ritt, ich wollte UF Zentrale sein, am Königlberg, glaube ich weiß nicht, ob es damals schon war. Also ich habe das natürlich, weil ich das Video gesehen habe, kommen ein paar Gedanken wieder an, aber so dass man sich wirklich im Detail daran erinnern kann, wie das abgelaufen ist, wie lange das dauert, wie das funktioniert hat, also bei mir nicht, als Kollegen sagen, sie können sich ganz gut erinnern, ich eigentlich nicht. Das hat man gar nicht so richtig mitgekriegt, dass man da jetzt... Ja, heute wäre das glaube ich anders. Ich weiß nicht, wir haben damals vor der Tür gewartet, vor dem falschen Deal, und sind dann mit Mühe und Noten dort dazugekommen. Nicht nervös waren wir vorher schon, wenn wir die Grislauner besucht haben wir weiter und die in der Garderobe, die haben wir ins Glas geschmissen. Die Grislauner haben wir angeschmiert gesehen, der Fredi und du damals. Ja, sonst tue ich eigentlich nicht mehr gerade. Ja. 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 Ja.